Der Doktor-Sketch. Ja. Herr Doktor Probst? Ja? Ein gewisser Herr Sof möchte sich sprechen. Sof? Ja, sowas. Wollen wir ihn reinlassen? Ja, nun machen Sie mal. Ja, bitte. Herr Sof? Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Herr Sof. Nehmen Sie Platz. Duff, 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 Herr Duff. Ach, entschuldigen Sie bitte, da hat sich meine Sprechstundenhilfe wohl verhört. Nein, nein, das hat sie gar nicht. Da sind wir schon nämlich bei dem Problem. Ich habe seit einem halben Jahr aufgehört zu trinken. Oh, ja, und mit Erfolg? Ja. Ja, und wo liegt denn das Problem? Im Sprachlichen. Seitdem unterlaufen mir gewisse Fehlleistungen. Also ich, ähm, sämtliche Namen spreche ich falsch aus, Herr Prost. Äh, Probst. Prost. Probst. Probst, 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 Probst. Ja, sehr schön, ja. Nun, ja, ich verstehe Sie richtig. Ich meine, Sie heißen Duff, aber stellen sich sonst immer als Suff vor, Herr... Wie, 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 wie Winfried Duff. Duff, ja, aber Herr Duff, das ist doch, das ist doch nicht so schlimm, Herr Duff. Naja, schon, wenn man einen Doppelnamen hat wie ich und wenn der erste Teil des Doppelnamens voll heißt und man sich ständig als Ginfried Vollsuff vorstellt. Aber, Herr Duff, Ihr Fall ist doch gar nicht so tragisch. Sie haben folgendes Problem. Es hat sozusagen, es hat sich verlegt bei Ihnen, verlegt von der Kehle, von der Kehle hat es sich verlegt auf die Zunge. Das ist überhaupt nicht tragisch, Herr, ähm, ähm, Duff, Duff, ja. Wollen Sie mal, wollen Sie mal testen, Herr, äh, Duff, wen haben wir denn da? Heinz Glühwein. Äh, ähm, und da? Paul Heuriger. Und da? Hans Mosel. Das ist ja wirklich phänomenal, sagen Sie, sagen Sie mal, Sie alkoholisieren sozusagen Ihre Mitmenschen, wirklich wahnsinnig, fantastisch. Wen haben wir denn da? Richard Bourbon. Börten, 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 Börten. Und wen haben wir da? Sean Pomerick. Con, 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 Connery, Connery. Und wen haben wir da? Brigitte Bordeaux. Nein. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Brigitte Bordel, äh, Bordeaux. Weib, Weib, nicht Weil, ja? Herr Vollsoff, äh, Puff, äh, du weißt schon. So, noch mal weiter. Wen haben wir denn da? Frank Sinalko. Nein, gut, das ist wirklich köstlich und, äh, das, äh, das ist Frank Sinatra, Sinatra. Frank, und wen haben wir denn da? Dean Martini. Nein, nicht Martini, nein, nicht Martini. Dean Martin, Dean Martin. Herr Soff, äh, Puff, äh, du, Frank. Und wen haben wir da? Den kenne ich nicht, den trinke ich nicht. Ach so, ja. Sagen Sie mal, das ist ja phänomenal. Sagen Sie mal, Dean Martini. Ich meine, Martin, Martin, sagen Sie mal. Sagen Sie mal, Sie strudeln ja, ich meine, Sie sprudeln ja vor Pornografie. Ich meine, Fantasie, Herr Puff. Herr Soff, äh, Entschuldigen Sie, das ist mir so rausgerülpst. Äh, Grutsch, ja? Ja, hier, Doktor Brust, äh, Prost. Ja, was? Nein, mein Same ist, ich meine, mein Name ist, was? Ach, du bist es, Schiebling, äh, Liebling. Ja, es ist meine Sau, äh, Frau. Was? Nein, ich habe keinen, ich habe keinen Straps, äh, Strips, äh, Schwipps. Nein, sagen Sie mal, das ist ja eine richtig reinsteckende, ich meine, ansteckende Schrankheit, Herr Puff, äh, du, äh, kondomischer Tag, Leute. Ich meine, komischer Tag heute.